Like dieses Video in den nächsten 5 Sekunden und ich zeige dir einen neuen Trick, wie du Skins gratis zurückgeben kannst und deine V-Bucks dafür wieder bekommst. Yo Leute, was geht? Heute in diesem Video zeige ich euch einen neuen Trick, wie ihr Skins und Items aus dem Fortnite-Item-Shop zurückgeben könnt und dafür eure V-Bucks kostenlos erstattet bekommt ohne Refund-Tickets. Das bedeutet, dieser ganze Trick funktioniert ohne diese Tickets, die man hier benutzen kann. Das bedeutet, ihr braucht keine Tickets, um die Items zurückgeben zu können. Ihr seht, ich habe 0 Tickets, ich werde euch jetzt direkt diesen ganzen Trick zeigen. Aber ihr wisst, bald startet schon die neue Fortnite-Season und zum Start von der neuen Season werde ich wieder mal einige Battle-Pässe an meine Community verschenken. Wenn ihr Bock habt, einen Battle-Pass von mir geschenkt zu bekommen, dann bitte ich euch, abonniert jetzt sofort diesen YouTube-Kanal, lasst ein Like auf das Video, da aktiviert die Glocke und schreibt Hashtag Season 4 in die Kommentare. So Freunde, ich werde euch jetzt direkt diesen ganzen neuen Trick zeigen. Ich persönlich finde das Ganze richtig genial, denn so könnt ihr nicht versehentlich irgendwelche Items kaufen oder ihr könnt sogar Items zurückgeben, die euch gar nicht gefallen. Hier zeige ich euch jetzt ganz kurz, wie das Ganze funktioniert. Und zwar geht ihr dazu einfach in den Fortnite-Item-Shop. Sagen wir jetzt mal, ihr seht, ich habe jetzt gerade 1300 V-Bucks. Ich gehe jetzt einfach auf den Surf-Hexe-Skin und werde mir den Skin ganz einfach kaufen, ganz normal wie früher. Ihr seht, ich habe mir jetzt einmal den Skin gekauft. Ihr könnt hier den Skin sehen. Es gibt jetzt hier auch keine Funktion, dass ich das jetzt wie damals direkt weggeben kann. Aber jetzt könnt ihr hier ganz kurz sehen, wir gehen jetzt in meinen Spind. Wir klicken auf die Skins, klicken hier auf vor kurzem erhalten. Dann seht ihr hier die Surf-Hexe. Ich kann die Surf-Hexe ausrüsten, alles ganz normal. Und was jetzt cool ist, ihr könnt jetzt immer noch den Skin zurückgeben. Und dieses Feature finde ich richtig, richtig cool, Freunde. Ihr geht einfach in den Items-Shop, klickt auf den Skin und dann seht ihr Kauf, rückgängig machen, halten. Das Ganze sollte bis zu 24 Stunden funktionieren, so laut Epic Games. Aber ganz, ganz wichtig, ihr dürft nicht mit diesem Skin sozusagen, beziehungsweise mit dem neuen Skin, den ihr euch geholt habt, in Fortnite Battle Royale reingehen. Denn sonst wird das Ganze auf jeden Fall anscheinend nicht funktionieren. Ich bin gespannt, ob es da noch Änderungen gibt. Ihr seht, ich kann jetzt hier ganz einfach das Ganze zurückgeben. Der Skin wurde zurückgegeben und ich werde meine V-Bucks wieder zurückbekommen. Ihr seht, meine V-Bucks sind zurück. Das ist der neue Trick. Schreibt mir gerne eure Meinung zu dem Ganzen in die Kommentare. Wenn ihr Hilfe braucht, schreibt es mir in die Kommentare. Kommt in meinen Discord, lasst ein Abo da. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Danke schön für den Support und ciao.